Was heißt ja eigentlich, über Geld spricht man nicht. Allerdings ist Jesus der andere Meinung. Die Bibel grundsätzlich ist der andere Meinung und spricht sehr, sehr viel über Geld. Jesus hat extrem viel über Geld gesprochen. Mehr als über den Himmel. Krass, oder? Und deshalb, wir machen das sehr selten in der Gemeinde bei uns. Wir sollten es mehr tun. Wir steigen heute mal ein. Seid ihr bereit? Ne, einige sind nicht bereit, das ist okay. Also, finanzielle Freiheit, Leben oder Erleben. So habe ich es genannt. Ich weiß, es ist sehr provokativ. Ich hoffe, dass ihr das zum Schluss mit mir teilen könnt. Finanzen begleiten uns tagtäglich. Wir haben ständig damit zu tun. Und daher ist es so zentral. Und wenn wir sagen, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist etwas geschehen mit uns im Vorfeld. Oder bei diesem Ereignis, wo wir Christen geworden sind, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, wo wir uns bekehrt haben, wie immer wir auch das nennen, dann ist etwas Entscheidendes passiert. Im Kolosserbrief heißt es, im Kapitel 1, Vers 13, dass wir aus dem Reich der Finsternis versetzt worden sind in das Reich des Lichts. Und dort herrscht Jesus Christus. Und das ist sehr entscheidend für unser tagtägliches Leben, für unsere Nachfolge. Denn unsere Nachfolge ist deshalb auch so übernatürlich. Die ist nicht menschlich natürlich. Und die unterscheidet sich auch extrem vom Denken her, weil sie eigentlich total unlogisch ist. Die entspricht nicht der Logik dieser Welt. Seid ihr noch bei mir? Die Welt ist extrem beeinflusst von dem, wie die dunkle Welt, die dunkle Macht das beeinflusst hat. Das heißt, das Denken, die Art, auch wie wir über Geld denken, ist extrem damit überladen oder beeinträchtigt, wie wir über Geld denken, wie wir mit Geld umgehen usw. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir, wenn wir mit Jesus Christus angefangen sind, unterwegs zu sein oder aber auch nach Jahren immer wieder neu lernen, was das heißt für uns, als wir jetzt mit Jesus unterwegs sind, aus dieser neuen Perspektive, aus dem himmlischen Reich des Lichts, über das Geld zu denken und mit dem Geld umzugehen. Das ist tatsächlich eine sehr zentrale Herzenshaltung, auf die es ankommt. Und die ist tatsächlich sehr gefährdet, so sehen wir es in der Bibel, dass wir da immer wieder von irgendeiner Seite vom Pferd runterrutschen. Und deshalb so zentral das Thema. Grundsätzlich könnte man sagen, wenn man diesen Bereich vom Reich der Dunkelheit, könnte man überschreiben mit Mangel. Nie genug. Immer im Vergleich. Und alles, was damit zusammenhängt, Neid, Geiz und all diese Dinge sind zentral oder bestimmen dieses Reich der Dunkelheit. Wenn wir uns aber auf das Reichen, das Jesus uns jetzt versetzt hat, punktuell bei der Umkehr zu Jesus, so leben wir jetzt in dem Reich des Überflusses. Die Überschrift über dieses Reich ist Überfluss. Es ist immer mehr als genug da. Wir brauchen uns nicht mehr vergleichen. Wir sind auf der Seite dessen, der alles geschaffen hat, dem alles gehört und der absolut ein gebendes, ein überfließendes Herz für uns hat, der voller Liebe für uns ist, der unser Papa im Himmel ist. Und Väter sind gerne für ihre Kinder da und versorgen sie. Das so als Basis für das, worum es heute gehen wird. Ich weiß nicht, wie es dir gerade mit Finanzen geht. Vielleicht steckst du in Schwierigkeiten und dann ist es gut, dass du heute hier bist. Vielleicht geht es mit den Finanzen gerade bei dir nicht rund. Ich kenne diese Zeiten und ich finde die sehr, sehr wertvoll. Das ist eine gute Ausgangsbasis, neu über Geld anfangen zu lernen, von Jesus zu lernen, über Geld nachzudenken, mit Geld umzugehen und eine Haltung zu gewinnen, die gut dafür ist. Vielleicht erlebst du gerade besonderen finanziellen Segen und bist voller Dankbarkeit dafür. Dann ist es auch heute gut, dass du hier bist, weil vielleicht jetzt kriegst du Impulse für deinen Alltag, wie du diese Dankbarkeit auf eine neue Weise zum Ausdruck bringen kannst. Und vielleicht, ich hoffe, du bist bereit für Veränderung, auch wenn bei dir alles okay ist. Es ist wie immer, es ist alles gut. Du hast genug zum Leben, du kannst anlegen, sparen, wie auch immer. Und da ist sehr oft die Gefahr, dass wir sagen, nee, es funktioniert ja alles, es ist alles gut. Und du bist vielleicht heute herausgefordert, und ich möchte dich herausfordern, neu zu lernen. Es gibt sicherlich auch heute für dich Aspekte, die du neu lernen darfst. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, der auch Christ ist, der sagte, die Bibel braucht mir nichts über das Geld, über den Gelb umgang, oder Jesus braucht mir nichts, also nicht so direkt, aber so ungefähr, ich muss nichts über das Geld lernen. Und ich finde es schade, und ich finde es auch nicht gut, denn wir als Jünger Jesus sind immer Lernende. Und ich weiß genau, ich spreche jetzt hier über Geld, nicht jemand, der alles richtig macht, der über alle Bereiche, dieses Bereich, dieses umfassenden Bereich, das Bescheid weiß, ich bin Lernende. Und ich weiß, es gibt in meinem Bereich, in meinem Leben Bereiche, die ich noch lernen muss, die ich noch umsetzen lernen muss, und so weiter. Also bin ich mittendrin. Deshalb nicht von oben herab, sondern ich bin mit Betroffener. Ich möchte auch von Jesus neu lernen, immer wieder, was es bedeutet für mich in den verschiedenen Bereichen im Umgang mit Geld. Lasst euch von eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider einzieht. Ihr seid jetzt zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Zusammenfassung dieses Textes ist, wir sind durch Jesus Christus neue Menschen geworden und das bedeutet für uns Umdenken. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, neu denken zu lernen, auch gerade über den Bereich des Geldes, weil es ist so zentral für unser Leben. Und jeder soll an dem, wie wir mit dem Geld umgehen, erkennen, wir gehen damit anders um als der Rest der Menschheit. Okay, seid ihr bei mir? Und so zeigt sich auch das Reich des Lichtes aus seinem großen Reichtum, wie ich schon vorhin sagte, wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus, denn ist der die Tür für diesen Reichtum, für diesen Überfluss, für diese Versorgung, er wird euch alles geben, er wird euch alles geben, auch finanziell, was ihr zum Leben braucht. Glaubst du, ist in deinem Herzen, dass Jesus dein Versorger ist? Nicht dein Arbeitgeber, nicht die Rentenkasse, nicht die Kindergeldkasse, nicht das Arbeitsamt, nicht sonst wer, ist dein Versorger, sondern Gott selbst ist dein Versorger und Gott benutzt deinen Arbeitgeber, meine Kunden, deine Kunden vielleicht, und so weiter, um dich finanziell zu versorgen, aber sie sind nicht deine Versorger. Es ist eine zentrale Wahrheit der Bibel, dass Gott sagt, ich bin euer Versorger und nicht dein Arbeitgeber, nicht dein Acker, sondern ich segne deinen Acker, ich segne deine Arbeit, ich segne das Arbeitsamt, wie auch immer, damit du Versorgung erlebst. Das ist eine zentrale Grundhaltung, die wir für uns verinnerlichen müssen, dass wir nicht glauben, dass wir nicht in diese Abhängigkeit vom Arbeitgeber kommen, vom Arbeitsamt, und so weiter, und so weiter, denn Gott selbst ist dein und mein Versorger. Das ist so als Basis für das Einkommen, das wir ja zum Leben brauchen. Und da sagt Gott in dem Zusammenhang was ganz Entscheidendes. Und da geht es um die Herzenskernsache, wenn es um Geld geht. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Okay, hier heißt es, Paulus sagt, es ist ein Kennzeichen und das Kennzeichen für diese Welt. Ein Lebensstil. Trennt euch davon. Verändert seid anders. Seid nicht so, wie die meisten dieser Welt um uns herum, der Menschen über Geld nachdenken und damit umgehen. Trennt euch aber auch, ich habe die anderen Sachen ausgelassen, aber auch von Habkehr, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Darauf möchte ich gleich nochmal genauer eingehen. Aber grundsätzlich heißt es hier, Habkehr, immer mehr haben zu wollen, hat in sich diesen Kern, dass wir glauben, dass der Besitz, das Geld, unser Gott ist. Nicht direkt, wir werden es nie sagen, auch wir nicht als Christen, auf jeden Fall nicht. Aber Gott oder in dem Fall Geld, was ist das Kennzeichen von Gott? Was erwarten wir von Gott? In dem Fall von Geld. Wenn wir kein, wenn wir nicht an Gott glauben, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, dann wird fast zwangsweise automatisch Geld unser Gott. Das heißt, wir erwarten von Geld Sicherheit, Versorgung, also das, was wir zum Leben brauchen, Gesundheit, Zufriedenheit, Identität, weil wir sagen, wenn wir das Geld arbeiteten haben, ja, ich bin wer, ich habe einen Beruf, der mir das ermöglicht, wie auch immer, das gibt mir Wert oder Anerkennung, ja, ich habe es geschafft, ich bin jemand, ich werde anerkannt, gerade wenn ich auch erfolgreich mit Geld umgehen kann und so weiter. Das gibt mir Sinn, Überfluss, wenn ich mehr davon habe, kann ich mir mehr leisten. Langes Leben glauben die, in der Bibel heißt es, glaubt nicht, dass das Geld euch euer Leben verlängern kann, aber eigentlich unterbewusst glauben wir es ja eigentlich und scheinbar auch Schönheit, weil man sagt, die Reichen sind schön, die Schönen sind reich. Eigentlich ist es der Platz von Gott, aber wir haben es ausgetauscht. Wenn wir uns von Gott entfernen, wenn Gott nicht mehr unser Gott ist, wenn Gott nicht für unsere Sicherheit zuständig ist, wenn Gott nicht für meine Versorgung zuständig ist, wenn Gott nicht für meine Gesundheit zuständig ist, für meine Zufriedenheit, für meine Identität, wer ich bin, für meinen Wert und Anerkennung von meinem Papa im Himmel, für meinen Sinn im Leben, für das, wofür ich eigentlich lebe, für meinen Überfluss, denn er ist derjenige, der überfließend ist, für ein langes Leben, ewiges Leben in dem Fall, das ist nicht zu toppen vom Geld, für eine Schönheit, denn Gott macht uns schön im Wesen, vom Wesen her, wie sonst keiner sonst, kein Geld. Es überfließt und das Einzige, was ich hinzugefügt habe, ist Großzügigkeit. Gott ist es, der uns großzügig werden lässt, weil Gott absolut großzügig ist. Es ist ein zentrales Wesen. Er ist von Grund auf so großzügig wie sonst niemand. Er ist jemand, der beschenkt, einfach so, ohne Erwartungen. Er ist überfließend großzügig und deshalb möchte er, dass unser Wesen, dass wir vom Wesen her absolut großzügig werden. Aber das so nebenher. Was ich damit zeigen will, ist, dass das Geld immer wieder versucht, einen Platz von Gott einzunehmen und deshalb ist es so zentral. Wir glauben, dass es Geld uns Sicherheit, Versorgung, Gesundheit, etc. gibt, statt es von Gott zu erwarten. Auch wir als Christen. Wenn wir uns ehrlich dessen eingestehen oder uns wirklich bewusst hinterfragen, dann merken wir, dass wir in der Gefahr stehen, vom Geld doch recht viel zu erwarten. Wir sind relativ entspannt, wenn wir auf dem Spargeld Geld auf Kante legen haben, weil dann können wir, falls was passiert, was damit antun. Also kaufen, sonst was, bezahlen, Rechnungen und sonst was. Also es ist schon gut, wenn man, also nichts gegen Geld ansparen, absolut, das ist sehr wichtig und gut. Aber ich meine nur, wenn das unsere Sicherheit wird, wenn das Einkommen meines Arbeitgebers, vielleicht als Beamter gerade, wo ich sicher bin, ich werde versorgt bis zum Lebensende, dann hat Gott plötzlich keine Rolle mehr in meinem Leben. Ich erwarte nicht, dass er mein Versorger ist. Und das ist, das macht was mit unserem Herzen. Gott möchte anerst, er möchte wirklich unser Gott sein. Das im Kern. Ich weiß, ich reite jetzt ein bisschen mehr drum herum, aber es ist so eine zentrale Herzenshaltung, die für alles andere gilt. Und Jesus sagt sehr entscheidend, sehr klar, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Also, wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht, es ist einfach nicht möglich, gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Jetzt werden gerade die jungen Leute wahrscheinlich sagen, oh, Schande, als Christ darf ich nicht viel Geld besitzen oder nicht reich werden im menschlichen Verständnis. Das ist überhaupt nicht die Aussage. Gott hat überhaupt nichts gegen Reichtum. Obwohl Jesus immer wieder sagt, es ist extrem schwierig für Menschen, die reich sind, sich zu Jesus umzukehren, weil die so sehr auf diesen Gottreichtum fixiert sind und nur noch ihn sehen und es ist für sie eine Riesenhürde, zu Jesus zu finden. Das stimmt. Aber Jesus sagt nicht, Gott ist von seiner Haltung ein beschenkender Gott und er hat nichts gegen Reichtum. Das möchte ich ganz klar sagen. Nur, das Problem ist, dass wir, wenn wir mehr Geld haben, in der Gefahr stehen, eher auch wir als diejenigen, die Jesus nachfolgen, den Fokus mehr auf das Geld zu setzen als auf ihn. Und deshalb ist unsere Herausforderung, egal, ob wir mehr oder gar nichts oder wenig haben, dass wir immer auf Gott fokussiert sind, dass das Anliegen, was er möchte, zentral bleibt und ist, dass ich ihm nachfolge, dass ich auch Entscheidungen, was das Geld oder was Finanzen angeht, mit ihm kläre, dass ich mit ihm bespreche, ob ich mir das oder das kaufe, ob ich beruflich in die und diese Richtung mich entlickele, ob ich die Firma gründe oder nicht und solche Sachen, dass ich die mit Gott gehe. Und er ist enorm jemand, der segnet, der beschenkt, der Anteil haben will an deinem Geschäftsleben, wenn du jetzt in diesen Bereich gehen willst. Und nicht jeder ist berufen dazu, geschäftstätig zu sein, als Selbstständiger oder sonst wie, aber es sind einige von uns vielleicht dazu berufen, geschäftstätig zu sein, viel Geld zu verdienen und damit viel in das Reich Gottes zu stecken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass der, wie heißt der nochmal, der Schuhverkäufer, Deichmann, ein Prinzip für sich entwickelt hat. Der war sehr reich. Er ist leider schon verstorben, aber sein Sohn macht das weiter. Er hatte nicht 10% seines Einkommens gespendet, sondern 90. Nur so nebenher gesagt. Das ist für diejenigen, vielleicht hat Gott für dich einen Plan, dass du tatsächlich in diesen Bereich kommst und 90% deines Einkommens spenden sollst für dein Reich. Kann sein. Denn alles gehört Gott. Alles Gold und Silber gehört ihm. Das sagt die Bibel. Okay, das nehmen wir. Also, wir können nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben, sondern wenn wir aktiv sind im Geschäftsleben, dann bitte mit Gott und im Auftrag von Gott. Klärt das mit ihm. Er sagt auch in dem Zusammenhang, er wird auch jeden Tag alles Nötige geben, was das Reich Gottes für euch, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Und damit meint er, hängt euch an das Reich Gottes, das ist euer zentrales, wichtigstes Anliegen werden und dabei könnt ihr arbeiten, ganz normal, ihr könnt damit sonst wie aktiv sein, ihr könnt dabei auch Rentner sein, aber hängt euch vor allen Dingen an das Reich Gottes, treibt das voran. Das ist euer Hauptanliegen sein, euch dafür einzusetzen, wie auch immer das sich aussieht, ob das mit Finanzen direkt zu tun hat, mehr oder weniger. Im Grunde hängt das immer mit Finanzen noch mit zu tun. So, und diese ist jetzt ein bisschen durch diese Konvertierung nicht gut gelungen, aber was ich damit zeigen will ist, das sieht man jetzt nicht so gut, ich habe vorhin gesagt, Gott ist unser Versorger und er nutzt die Kanäle, die ihr bekommt, ob das die Rentenkasse ist oder sonst wie, und er gibt uns immer 100%, aber in diesen 100% sind mindestens 10% enthalten, die nicht dir gehören. und wenn wir glauben, dass Gott mein Versorger ist, dann ist es ein Zeichen von Vertrauen zu Gott, dass er wirklich mich versorgt, dass ich diese 10%, die er mir mehr gibt, was ich zum Leben brauche, wieder zurückgebe. Das ist so ein Trick von Gott, wie er mit Geld umgeht, also kein negativer Trick, kein positiver Trick. Er sagt einfach, ich gebe euch mehr, ich gebe euch 10% mehr, damit ihr mir nachweislich zeigen könnt, dass ihr wirklich davon ausgeht, dass ich euer Versorger bin und mir diese 10% wieder zurückgebt. Nachvollziehbar? Was ich das für mich verstanden habe, dachte ich, oh krass. Denn nichts anderes sagt Gott in diesem Text. Gehen wir ein weiter. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren, was haben wir getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ihr einen Mensch Gott betrügt, doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den 10. Teil eurer Ernte gegeben, sondern ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf mich, auf mich allesamt zu hintergehen. Er sieht das als Betrug, wenn wir diesen 10, den er uns eigentlich mitgibt, nicht wieder zurückgeben. Krass, oder? Entscheidend ist, was er dann weiter sagt. Ich, der Herr, der ermächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Krass. Gott sagt, gib mir den 10. und ich werde die Schleusen öffnen und ich werde den Überfluss erleben. Und vielleicht bist du in dieser Mangelsituation, vielleicht hast du nicht genug zum Leben und vielleicht ist es dir eine Entscheidung zu treffen, die schwer ist. Ich weiß, ich kenne diese Situation. Ich kann mal vielleicht kurz Einblick geben. Ich hatte durch verschiedene Umstände, teilweise selbst verschuldet, viel höhere fixe Ausgaben, als das Einkommen war. Und ich habe immer mehr gefragt, wie kann ich den 10 geben, obwohl ich nicht genug zum Leben habe. Ich habe das auf die Excel-Tabelle aufgelistet und ich wusste, geht nicht auf, funktioniert nicht. und zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich habe angefangen und gesagt, damit mein Einkommen reicht für all diese fixen Kosten, muss ich so und so viel verdienen. Also muss ich davon 10% von dem, was ich eigentlich verdienen muss, abgeben. Damit habe ich begonnen. Ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet und habe diese 10% angefangen zu bezahlen. Am Ende des Jahres, ich als Selbstständiger unter anderem, habe nie ein festes Einkommen, jeden Monat anders. Am Ende des Jahres habe ich festgestellt, dass ich mehr verdient habe, als das, was ich am 10. bezahlt habe. Aber es war ein Vertrauensschritt, es war nicht einfach, es hat mit Ängsten zu tun, mit, ja wie soll das aufgehen, das ist logisch nicht funktioniert, nicht funktional, von der Excel-Tabelle her nicht hergebbar, aber es funktioniert. Ich habe mal mit meinem Bruder gesprochen, von der einige Jahre jünger ist, als ich, und der sagte mir, als er seine Meisterschule, seine Technikerschule gemacht hat, hatten die kein Einkommen, außer Barfärg und Kindergeld. Und er sagte, wir kamen gar nicht mehr klar, und dann ist es bewusst geworden, wir geben nicht den 10. Und seitdem die angefangen haben, den 10. zu geben, ist es wieder klargekommen, hatten die wieder genug. Unlogisch, funktioniert eigentlich nicht, aber es funktioniert, weil es Gottes Prinzip ist. und jetzt sagst du vielleicht, das ist für mich zu viel, ich kann nicht 10% geben, fangen wir mit 5 an, vielleicht fängst du mit 3 an, aber du kannst auch für Gott einfach sagen, ey, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich klarkomme, aber ich will anfangen, dir zu vertrauen, ich gebe erst mal diese 3% und ich will sehen, wie du mich versorgst. Du wirst erleben, dass Gott sein Versprechen hält und du wirst Wunder und Zeichen erleben. Vielleicht nicht so krass, so wie Bäm, irgendwas passiert, du wirst wahrscheinlich nicht im Lotter gewinnen, aber Gott wird dich segnen, sodass du merkst, wow, krass, was passiert. Und es wird reichen, es wird mehr als gereichen, weil Jesus das gesagt hat. Genau. Also, das mit dem 10 ist eine spannende Sache, auf die ich nachher noch kurz eingehen möchte. Darüber hinaus lädt uns die Bibel, Gott fordert uns heraus, Opfer zu bringen. Und wie das im Wort schon klingt, Opfer heißt, das darf dir wehtun. Es ist über dem 10. hinaus. Und das heißt, das bedeutet vielleicht, dass du dich einschränken darfst dabei, dass du dann halt auf Dinge verzichten darfst dabei. Und das ist etwas, was Gott dir aufs Herz legt. Aber es ist etwas, wozu uns Gott absolut einlädt und sagt, lass uns gucken, wo es Menschen gibt, die vielleicht in Not sind und wo du denen Gutes tun kannst mit deinen Finanzen. Und das ist eine Riesenchance. Das hilft den Menschen enorm und es zeigt auch dein Vertrauen zu Gott und das spiegelt auch einfach dein Wachstum im Umgang mit Finanzen. Ich hatte noch vorher sagen wollen, dass Jesus auch diesen 10. nicht aufgehoben hat. Er sagt, wie ihr euch schriftgelehrt und Pharisäer, Heuchler sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr Gott den 10. Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Also Gott sagt schon, dass es auf mehr ankommt, als nur den 10. zu geben. Aber er sagt nicht, dass der 10. aufgehoben wird, sondern dieses Prinzip bleibt und er sagt, dass diese Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit, diese Empathie für die Menschen, die Liebe zu den Menschen, das ist zentral. Aber der 10. gehört mit dazu. Also sagen wir es aus dem Alten und Neuen Testament. Ehre dem Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Sagt Sprüche 3, 9 bis 10. Es ist eine Form von Anbetung, wenn wir Gott, wenn wir Finanzen investieren, in sein Reich, übrigens der 10. ist da gut aufgehoben, wenn wir zur Gemeinde gehören. Wo du zur Gemeinde gehörst, da ist der 10. gut aufgehoben. Das war schon früher das Prinzip für das Alte Testament, für die Menschen, die damals das zum Tempel gebracht haben. Dass der Opfer ist, um die Not der anderen Menschen, deren Armen zu lindern, um sich für Projekte einzusetzen und so weiter und so weiter. Und er sagt, investiert, gebt das den anderen und ihr werdet merken, ich segne euch. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, von der Bibel her, Paulus ist davon überzeugt, dass Gott das ist, der uns versorgt und der uns es für Investitionsmittel schenkt, um weitere Versorgung möglich zu machen. Und er sagt, er wird das wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Opferbereitschaft trägt Früchte. Es vermehrt sich. Es bringt etwas in Bewegung. Und es fördert die Entwicklung des Reiches Gottes. Das zeigt unsere Großzügigkeit, dass wir wirklich Gott als den überfließenden, großzügigen Gott erlebt und kennengelernt haben und bereit sind, Opfer zu geben, sich zu investieren, vielleicht auch in junge Menschen und Finanzen locker zu machen dafür. Und da möchte ich, tatsächlich auch die ältere Generation ansprechen. Meistens ist es so, dass da die finanzielle Situation geklärter ist. Wir sind sicherer unterwegs. Wir haben nicht mehr so viele Kosten, Unkosten und so weiter. Es ist auch nicht so viel Bedarf. Und da ist es eine Chance, wenn wir als ältere Person gucken, ob Gott uns nicht aufs Herz legt, junge Menschen in irgendeiner Form finanziell zu fördern, zu unterstützen. Denn da ist meistens weniger da. Es ist viel Entwicklung nötig, viele neue Sachen stehen an. Und Gott sehne das enorm. Vielleicht zur gegebenen Zeit kann ich da mehr dazu erzählen, wie es funktioniert oder funktionieren kann. Aber es ist so eine tolle Chance. Und mein Herz ist tatsächlich auch so, dass ich sage, Gott, was möchtest du? Wie kann ich Gutes tun, auch durch Finanzen? Und wo kann ich investieren? Wie kann ich Dinge freisetzen durch Finanzen? Da heißt es, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Hier geht es darum, dass wir das Beste am Anfang des Monats, dann, wenn der Lohn kommt, nur ganz frisch, dann gehen wir es weiter, dass wir das Beste von dem, was wir bekommen, nicht das, was noch überbleibt am Ende, sondern das Beste geben. Und vielleicht möchte Gott auch dich herausfordern, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Du gibst dir ein Zehen, du bist opferbereit, aber vielleicht möchte er dir das Neues zumuten, dass du vielleicht eine ganz krasse Opferbereitschaft bringst. Und Gott wird das segnen. Ich bin gespannt, was da passiert. Okay. Ich möchte an dieser Stelle die Situation auch aus meinem Leben oder aus unserem Leben erzählen, die ich gerne teilen möchte. Und zwar, wie es sein kann, wenn wir anfangen, opferbereit zu sein und Dinge auch aktivieren und dass wir erfahren können dabei, dass wir Widerstand bekommen von außen. Da gibt es einen Feind, der sich nicht freut darüber, dass wir großzügig werden, dass wir Geld weitergeben und so weiter. und wir hatten am Ende letzten Jahres auf der Firmenseite ein gutes Einkommen erzielt, wir wurden gut gesegnet und wir hatten mit Nathalie den Wunsch gehabt, jemandem etwas davon zu teilen. Und ich fand es so cool, einfach rauszuhören, wen hast du auf dem Herzen? Und dann, okay, wir haben es für uns festgelegt und dann, okay, die und die Person. Und wir waren uns auf Anhieb sofort einig, wer diese Person ist. Das fand ich schon mal cool. Dann haben wir gesagt, welchen Betrag? Zack. Beide gleiche Summe genannt. Ich sage, Hammer. Und ich liebe das, das machen wir wieder, das ist wie so ein Spielchen, herauszuhören, haben wir das gleiche auf dem Herzen oder nicht und dann gemeinsam diesen Weg zu gehen. Hammer gut. Jetzt nochmal weiter. Wir haben uns entschieden, wie viel wir geben wollen und wem. Und dann kam die krasse Situation, dass unsere Heizung kaputt gegangen ist. Das war im Dezember, kurz vor Weihnachten. Gerade, wo wir minus 14 Grad haben draußen und nichts mehr läuft und kein warmes Wasser und das Haus kühlt sich auf 15 Grad, keine Ahnung, ab und es ist echt kühl im Haus, wenn es 15 Grad sind. Also, obwohl es nicht minus waren. Und da musste ganz schnell eine Heizung her und wir haben festgestellt, wir müssen mehr investieren, als wir dachten. Eigentlich wollten wir das Geld im Geld unserer Privatschulden begleichen und jetzt kam das und das passte uns gar nicht in den Kram. Und ich habe gezögert. Ich habe eine Weile gezögert und gedacht, ja, kann ich jetzt, können wir immer noch großzügig sein, den Punkt. Und mir hat Gott gezeigt, ja, wenn du mir vertraust, kannst du das immer noch. Wir mussten über 16.000 Euro bis jetzt für die Heizung bezahlen, ein bisschen steht noch an. Und das war weg und es passte nicht so gut und dann kamen Herausforderungen im nächsten Jahr noch extremer. Gefühlt bis vor einer Woche hatten wir extreme Herausforderungen finanziell, krasse Herausforderungen, die mich emotional auch schon mitgenommen haben. Aber ich wusste, das gehört, das ist Teil dessen. Da wird mein Vertrauen zu Gott wie geprüft und das setzt sich und das wird fester und ich bin trotzdem an Gott. Ich halte trotzdem an Gott. Ich weiß, er ist mein Versorger, es wird alles gut. Ich werde trotzdem großzügig sein und ich werde trotzdem teilen und ich bin davon so überzeugt, dass jetzt noch viel mehr Segen kommen wird finanziell und er kommt jetzt schon. Ich sehe das schon. Obwohl es noch nicht sichtbar ist, aber ich sehe es schon. Und Gott fordert uns echt heraus und auch diese Punkte können kommen. Vielleicht fängst du an, den Zehnten zu gehen und merkst plötzlich, oh nee, es funktioniert nicht. Halte an Jesus fest, an dem, was er zu dir zugesprochen hat und es ist wahr. Wir dürfen uns, dass die Aussagen der Bibel stellen, als Wahrheit und werden dann feststellen, ja, es fordert mich heraus, aber Jesus steht zu seinen Worten. Das wird Segen kommen. Du wirst diese Zeiten überbrücken und das wird Segen kommen. Du wirst dankbar sein, wenn du dran bleibst. Ich fand es sehr spannend. Das ist fast eine Anekdote. Ich hatte eigentlich gestern, vorgestern, ein YouTube-Video gesehen, ein christliches YouTube-Video und da wurde ein Mensch erwähnt. und da kam Werbung so, da kam Werbung und da war ein Interview mit dem Bodo Schäfer. Jemand, der ein ganz erfolgreiches Buch über wie werde ich finanziell frei geschrieben. Und ich habe mich an diesen Typen erinnert und ich habe mich daran erinnert, dass ich mal was von ihm gelesen habe und ich fand es so spannend und deshalb möchte ich das mit euch zusammen lesen. Erstaunlicherweise haben die Menschen, die den zehnten Teil, also es ist kein Christ, ganz klar, es ist jemand, der den Menschen hilft, finanziell reich zu werden. Das ist seine Prämisse. Und er schreibt, erstaunlicherweise haben die Menschen, die den zehnten Teil des Einkommens spenden, niemals Geldprobleme. Sie sind nicht nur glücklicher mit ihrem Geld, sondern sie haben tatsächlich mehr Geld. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Wie kommt es, dass jemand, der regelmäßig 10% seiner Einkünfte verschenkt, unter dem Strich wesentlich mehr Geld anhäuft, als derjenige, der den ganzen 100% für sich behält. Wir können 90% mehr sein als 100%. Es handelt sich hier sicherlich um ein Phänomen, für das es keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt rein logisch fassbar ist. Jemand, der nicht an Gott glaubt, jemand, der vielen Menschen zur finanziellen Freiheit verholfen hat, der für sich selbst entdeckt hat, dass es sinnvoll ist, 10% seines Einkommens zu verschenken, mindestens 10%, weil es nachher mehr gibt. Und es ist ein göttliches Prinzip, das unabhängig davon gilt und funktioniert, ob ich an Gott glaube oder nicht. Und deshalb gibt es auch so viele Reiche auf der Welt unter anderem, weil die dieses Prinzip verinnerlicht haben. Und wir Christen tun uns schwer, Gott zu vertrauen, den Zehnten zu geben. Das ist krass. Tatsächlich meine ich mich damit, weil das für mich schon auch eine Herausforderung war. Aber wie kann ich mein Geld sehen? Auch so ein kleiner Artikel von ihm, also auch in dem gleichen Buch. Napoleon Hill hat 25 Jahre seines Lebens damit zugebracht, das Leben der mehrgereichen zu untersuchen. Seinem Ratschlag in Bezug auf Geld sollten wir Gehör schenken. Glücklich ist derjenige, der gelernt hat, dass der sicherste Weg, um Geld zu bekommen, der ist zuerst einmal Geld zu geben. Sie werden feststellen, dass reiche und glückliche Menschen nicht nur viel Geld gespendet haben, sondern schon sehr früh damit begonnen haben. Sie fingen damit an, als sie es sich im Grunde genommen noch gar nicht leisten konnten. Kellogg's, Carnegie, vielleicht wird das auch angesprochen, Welton, Rockefeller, kennen wir wahrscheinlich, Templeton. Wenn Sie sich mit diesen Menschen beschäftigen, wird Ihnen auffallen, dass Sie bereits frühzeitig eine große Dankbarkeit für alles verspürten. Aus dieser Dankbarkeit heraus haben Sie begonnen zu spenden. Sie verspürten interessanterweise diese Dankbarkeit bereits, als Sie sich noch kaum etwas besaßen und eigentlich kaum leisten konnten. Was ich damit sagen will, ist es für mich wie eine Anekdote, dass ich das in einem Buch vorfinde, das eigentlich nicht aus dem christlichen Sektor kommt, und dass Menschen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, möglichst finanziell frei zu werden, diese göttlichen Prinzipien für sich entdecken und nutzen. Dabei haben wir das Privileg, das aus erster Hand zu nehmen, aus unserer Vaterhand, und diese Beziehung zu unserem Papa haben, von dem wir wissen, er ist unser bester Versorger und dem ist alles möglich. Und vielleicht auch für diejenigen, die gerade in finanzieller Not stehen, oder nicht vielleicht gesagt, wir haben nicht so viel, da beginnt es, du sagst vielleicht, du träumst davon, Geld zu verdienen, mehr Geld zu haben, das zu investieren, das Reich Gottes, fang jetzt an, mit dem Geld richtig umzugehen. Das göttliche Prinzip heißt, wer mit dem Kleinen gut umgehen kann, dem wird mehr anvertraut. Vergehen da damit, an wo es dir noch nicht leisten kannst. Fang da an, den Zehen zu geben, wo es noch viel zu wenig ist. Fang an, großzügig zu sein und anderen Geld zu geben und anderen mit Geld zu beschränken, wo du es dir noch gar nicht leisten kannst. Das ist die Voraussetzung, dass Gott dich segnet. Gewerde genau das Ernten, was ihr gesehen habt, das ist die biblische Aussage zu dem, was dieser Herr Schäfer da gesagt hat. Dass man mit Geld Geld sehen kann und daraus Frucht entsteht. Und jetzt möchte ich meine Aussage nochmal verteidigen. Ich sage immer wieder gerne, lasst uns investieren in das Reich Gottes. Und das meine ich wirklich sehr wörtlich und sehr ernst. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Davor heißt es ja, es macht nicht viel Sinn, auf dieser Erde sich viel anzuhäufen, weil das könnt ihr nicht mitnehmen. Das ist vergammelt, das kann bestohlen werden und so weiter, das kann einen Wert verlieren und wie auch immer. Und hier heißt es, wir können uns tatsächlich uns aktiv ansparen auf das himmlische Konto, in dem wir jetzt schon geben. Deshalb können wir jetzt schon investieren in das himmlische Reichen, in das wir hineinkommen werden. Das ist krass, oder? Seid ihr bei mir? Ich kann jetzt mit dem Guten, was ich mit dem Geld weitergebe, investiere, kann ich mir Schätze im Himmel sammeln. Die werden nichts an Wert verlieren, die werden nicht geklaut, die werden noch viel mehr wert. Also eine gute Investition in das Reich Gottes. Wo fordert dich Gott heute heraus? Gott zu vertrauen, dass er dich gut versorgt? Ich weiß, es ist etwa ein Prozess, auf den ich mich einlassen darf. Vielleicht fällt es dir wirklich schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht ist vieles davon neu für dich und du sagst, nee, ich muss das erstmal verarbeiten, verdauere mich darauf einstellen. Das ist okay. Aber ich möchte dich ermutigen zu verstehen, dass Gott dein Versorger ist und er ist ein großzügiger Versorger, der es wirklich gut mit dir meint. Du erkennst dann, dass Gott dein Versorger ist, wenn du den Zehnten gibst von dem, was Gott dir gibt. Er gibt dir 100% oder 110%, er müsste 10% zurückgeben kannst. Vielleicht ist das deine Herausforderung und du kannst dich dafür entscheiden, auch vielleicht heute direkt entscheiden, sagen, ja, ich mache das ab jetzt, klar, ich mache das jetzt, weil ich weiß, dass es mich in finanzielle Freiheit führt. Im Sinne, im wirklichen Sinne von, bin frei davon, dass Finanzen mein Gott werden müssen. Opfer zu bringen, auch wenn es weh tut. Vielleicht ist das deine Herausforderung. Vielleicht fordert Gott dich, nicht heute vielleicht, vielleicht bei gegebenen Gelegenheit, wenn du wirklich offen dafür bist und hörst auf das, auf die Impulse, die er gibt, dann wird er dich vielleicht einen Tipp geben, wem du Geld schenken kannst in irgendeiner Form oder wem du irgendwas Gutes tun kannst auf finanzieller Ebene. Und du wirst merken, dass es ein gutes Prinzip ist, dass wir auf dem Weg Gottes dabei sind und unser Charakter uns von sich verändert und wir unabhängiger von Geld werden, sondern abhängiger von Gott und die Beziehung an Gott gestärkt wird. Großzügigkeit, neu oder bewusst leben. Vielleicht bist du schon großzügig unterwegs und vielleicht legt Gott dir bei gegebener Zeit etwas aufs Herz, was bis jetzt deine Grenzen gesprengt hat. Das wird vielleicht herausfordernd für dich. Aber ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Okay, also ich hoffe, das ist nicht erschlagend, nicht entmutigend, sondern ermutigend, weil das ist eigentlich der Weg zur finanziellen Freiheit. Unabhängig zu sein darf von dem Geld, sondern abhängig zu werden von Gott. Denn Gott alleine kann uns in die Unabhängigkeit von Gott führen. Das ist die Prämisse. Das ist mein Predigt, immer in wirkliche Freiheit von Finanzen zu kommen. Und dafür möchte ich jetzt beten, uns alle. Und wenn du persönlich in einer finanziellen Not unterwegs bist gerade und echt Hilfe brauchst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du auf mich zukommst. Und dass wir gemeinsam A, dafür beten oder vielleicht auch ganz praktisch Dinge besprechen, wie es weitergehen kann. Genau, mach das gerne. Und auch dafür möchte ich beten. Und ich glaube auch, dass das Thema Finanzen auch sehr geistlich ist. Ich persönlich habe erlebt, dass jemand für mich gebetet hat, obwohl er mich nicht kannte, prophetisch in einem Gottesdienst, und ich dabei ein Change erlebt habe in meinem Herzen, was Geld angeht. Weil ich früher immer dachte, ich werde nie Geld haben. Das war von Kindheit auf so ein Mangelding in mir und da ist etwas Entscheidendes in mir passiert. Ich kann es nicht genau erklären, was das ist, aber ich glaube daran, dass es dann der Fall ist. Und genau das möchte ich, wenn du davon irgendwie betroffen bist, dass es auch in deinem Leben passiert. Okay. Lass uns jetzt stille werden zum Gebet. Jesus, ich danke, dass du jemand bist, der uns über alles liebt und da ist für uns bezahlt am Kreuz, für andere Schuld, um uns zu befreien aus der Macht der Finsternis, wo Mangel herrscht, wo Tod herrscht, das uns versetzt in das Reich des Lichts und des Lebens und des Überflusses. Und ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Und da, wo wir uns schwer tun, damit dir zu vertrauen, dass du wirklich mein Versorger bist, bitte ich, dass dieses Vertrauen entsteht, dass es wächst. Und da, wo wir uns schwer tun, den Zehnten zu geben, den du uns eigentlich gegeben hast, da bitte ich dich, dass du uns den Mut schenkst, dass du uns die Angst nimmst, dass du uns das Vertrauen schenkst, dass es gut ist, dass es der Weg in der Freiheit ist, wenn wir diesen Weg gehen. Dass es ein Weg ist, den du für uns bereit hältst. Dass es ein Weg, der Nachfolger ist, der zu unseren Gunsten ausgeht. Und da, wo du uns herausforderst, großzügig zu sein, Großzügigkeit zu lernen, hat sich auch da, dass du uns den Mut dazu schenkst. Es gäbe heute viele Möglichkeiten, gute Beispiele zu erzählen, auch aus unserer Gemeinde, von Menschen, von denen wir so gesegnet wurden, auch persönlich. Danke dir dafür, ja. Danke, dass ihre Großzügigkeit auch uns so geprägt und verändert hat. Ich spreche aus, dass dein Reich über uns kommt, dass dein Denken über Finanzen über uns kommt, dass die Haltung, die gesunde Haltung, dass du unser Gott bist in allen finanziellen Bereichen und dass wir wirklich dir vertrauen und all das, was nicht reingehört, dass es weicht von uns, dass wir das erkennen, dass wir das bekennen und dass wir dann von frei werden. Dass wir in Freiheit leben aus dir und mit dir und dass wir dir Ehre geben, dass wir dich erfreuen mit unserem Leben, dass wir Gutes tun um uns herum, dass Menschen erkennen, dass du unser Gott bist, dass du unser Herr bist und dass du uns veränderst. Dass wir großzügig sind, weil du großzügig bist, weil wir dich als großzügigen Papa im Himmel erlebt haben. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Einen Gottes Segen in allem und auch jetzt noch eine gute Kaffeezeit, Gesprächszeit. Zeit gesegnet. Jedenfalls. Ich wünsche euch eine gute Kaffeezeit, ein ganz tolle Woche. Jetzt gehen wir ein sehr gut, eine gute Kaffeezeit. ihr euch mit dem